Infamous Second Son Folge 16 beginnt mit zwei wichtigen Erkenntnissen. Die erste, Daniel, brauchen wir wieder Rauchkräfte? Ähm, ja wir haben uns getäuscht, man kann gar nicht, ähm, es ist gar nicht so, dass man jetzt das halbe Spiel warten muss, bis man die Rauchkräfte wieder kriegt, sondern man wechselt einfach je nachdem, was man so abzapft, ne? Wenn ich jetzt Neon zapfe, zum Beispiel, dann bin ich jetzt wieder Mr. Neon. Hat ja auch nur zehn Folgen gedauert, bis wir es geschnallt haben, das ist unsere Verhältnisse schnell. Genauso schnell, wie wir gereilt haben, warum das Spiel Infamous Second Son heißt, weil die Bösen im ersten Teil, also dieser Oberschurke Kessler, hatte eine Organisation, die hieß First Sons, hätten wir eigentlich wissen müssen, haben wir ja Weiles gespielt, aber schon wieder verdrängt. Das legt natürlich nahe, dass vielleicht die Organisation, die Delsin hier gründet, dann die Second Sons. Ich glaube nicht, dass Delsin einer ist, der Organisation in Gründen, ehrlich gesagt, aber schon mal. Dass der vielleicht da so reingerät oder so. Wie, wer schießt denn da? Ach, hier ist noch jemand. Der Schießgewehr. Dann eben, immer schön auf die Beine schießen, das war wie im wilden Westenfröhr mit den Kniescheiben. Vorsicht! Hat's mich jetzt erwischt? Jetzt hat's mich erwischt. Ach, komm, jetzt erst. Ach komm, das ist ja fies. Genau. Hier schon wieder. Wir wollen noch diesen einen Stadtbezirk clearen, den wir noch nicht gecleared haben, also durch den wir aber schon durchmarschiert sind, um wieder ein paar Scherben zu kriegen. Ja, Dup, mein Dup, dein Dup. Hopp. Drohne! Ui. Schalt. Neun Upgrades verfügbar. Können wir mal wieder einkaufen gehen. Das ist was, ich guck mal, was es da so gibt. Guck doch mal. Gibt's ja was Schönes. Fünf Scherben haben wir. Jetzt haben wir mal nie und ein bisschen pimpen. Stase, Blase. Erweiterte Blase, was bringt das? Die Länge der Staseblase. Phosphorstrahl. Munitionskapazität. Das ist dieser super Granatenstrahl, oder? Den baue ich jetzt mal aus ein bisschen. Und hier der hier. Ja. Ja, das kann ich nicht schaden. Ja, das kann ich nicht schaden. Ja. Wir müssen ja wieder diesen Einsatzbus kaputt machen. Ja, theoretisch. Wir hatten ja noch die Wahl zwischen der guten und der bösen Mission, aber eigentlich müssen wir erstmal hier aufräumen. Ihr habt außerdem in den Kommentaren ja gesagt, dass ihr da drauf steht, wenn wir aufräumen. Ich glaube, da ging es eher darum, dass wir zu denen nach Hause kommen und ihnen die Bude aufräumen. Das könnt ihr mal schön vergessen. Die räumen uns die Bude auf. Auf. Aus. Hallo, wieso bleibt ihr jetzt hier in diesem blöden Stuhl hängen? Ja, jetzt Vorsicht, ne? Da ist unten hier Sperrbezirk. Da ist man bestimmt wieder fett geschützt. Das da vorn muss weg. Das muss da weg. Achso, wenn ich den mitnehme, kann ich ja mein Super-Neon-Bombe-Ding aufladen, gell? Jetzt muss die ganze Zeit nett sein, dass wir die Super-Zerstörung machen können. Wer zerstören will, muss freundlich sein. Fetch wäre stolz. Fetch wäre stolz. Achtung, Achtung. Aber noch zwei. Den noch durchs Gatter, dann haben wir die Super-Neon-Zerstörungs-Bombe. Kommt denn der her? Der Ron, irgendwie eine nette Aktion jetzt. Ne, bei dem geht es nicht. Du musst den dahinter. Ja, und jetzt. So, aber soll ich da jetzt voll rein? Ja, jetzt, 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 jetzt. Da stehst du irgendwie, glaube ich, blöd. Na ja. Okay. 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 So gut. Ich glaube, der hat es aber noch nicht. Ja, ich glaube, aber der hat es schon eine ganze Menge. Monster hat es. Da, geradeaus. Oh, da könntest du theoretisch, bevor die nachkommen, hier den... Warte mal, ich komme vielleicht hier schon. Die kommen schon wieder an, die kommen schon wieder an. Geh weg, geh weg, geh weg. Kommt die jetzt wieder angeschissen? Auf dem Radar. Direkt hinter dir. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg. Wo ist der denn? Da so. There he is. Take him out. Hallo. Spine. Ja, ja. Das ist der Flick, den bin ich noch von Rockstar gewohnt. Der irre Flick mit dem coolen Blick. Oh, was ist der denn? Lichtschwert. Das ist zu verhaften können. Hätte, hätte. Raucherkette. Wir haben es bisher übrigens, glaube ich, geschafft, keine einzigen Kettenraucherwitz zu machen. Korrekt, ja. Unglaublich, oder? Und warum? Aus Respekt vor den Kettenrauchern. Die haben es eh schon schwer gewählt. Unsere großen Vorbilder. Ich brauche mal wieder mehr Neon. Wo kriege ich denn Neon her? Ist da nicht Neon? Nein! Switch. Egal, Rauche ist auch nicht so schlecht. Hallo. Die gucken mich Minderjährige zu. Ja, ich versuche mich hier bei Kettenrauchern anzubiedern. Wer weiß. Was das mal bringt später. Hallo. Es geht mal auf. Anders hin, jetzt. Und reinhauen. Wenn du es hochhältst. Ja. Reinhauen, wenn du es hochhältst. Gnell weg. Zabusch. Bumm. Ja. Der Delsin. Ach, jetzt sind erst die ganzen Nebenmissionen. Siehste? Mal schauen, ich kann das irgendwie... Machen wir what? Aha. Ungefähr so, wie wenn ich eine neue Elektronik anfasse. Boah, jetzt gibt es überall Scherben. Top. Wie bei dir im Flur. Dann kriege ich eigentlich mal einen neuen Lampenschirm. Wenn ich mal bei Ikea war. Du weißt ja, wie gerne ich bei Ikea bin. Das nie. Daniel hat aus Rache... ...meinen Lampenschirm zerstört. Ich weiß gar nicht mehr, wofür das überhaupt die Rache war. Das stimmt nicht. Das war nicht Rache. Das war... Dummheit. ...lacker Hass. Das ist ein Graffiti. Ja, und das machen wir auch gleich aus. Aber erst mal auf, aufs Dach. Macht er denn je nach Kraft andere Graffitis? Keine Ahnung. Origami Airlines. Tag'em hard. Das ist übrigens gar kein Graffiti, sondern was anderes. Sondern? Schablonenkunst oder so. Wie, warum ist das kein Graffiti? Weiß ich doch nicht. Aber Graffiti ohne Schablone gemacht wird, oder wie? Weiß ich doch nicht. Hat das jemand in den Kommentaren geschrieben? Ja. Ich finde aber... Also... No offense, aber Schablonenkunst klingt ganz schön scheiße. Im Vergleich zu Graffiti. Oder Graffiti. Graffiti. Super. Jetzt muss ich auch mal kurz ins Menü gucken. Denn mir kommt es irgendwie so vor. Als... Es blickt irgendwie heute so finster. Ich mache ihn mal ein bisschen heller, weil man sieht es irgendwie alles so schlecht. Ist es ja auch nacht draußen? Ja, nacht draußen. Ach, hier sind wieder Drogendealer unterwegs. Erst die Drogen kaputt machen. Oh, vielleicht hätte ich ihn einfach nur... Zivilist ausgeschaltet. Mensch. Du bist ja vielleicht eine Gefahr fürs öffentliche Leben. Genau, was Mutti immer gesagt hat. Das Wasser mag er ja nicht. Jetzt machen wir noch den Stash kaputt. Hoppala. Der arme Kerl. Ja. Was hat das wieder gute Punkte gekostet? Das wird aber nichts mit dem Pfadfinder abzeichen. Warst du mal bei den Pfadfindern? Ne. Habe ich nicht gefunden. Ne, gab es bei mir nicht. Wie gab es nicht? Gibt es doch überall. Wie? Kick. Ich stehe auf die dritte. Mhm. That's what she said. Ja. Wieso leuchten die denn so? Telefon? Smartphone-Gaffer. Mhm. Wo ist die Drohne? Da musst du auch hier. Ich finde das immer so befremdlich, wie heutzutage, wie viele Leute auf einem Konzert dastehen und versuchen das mit ihrem spackigen Handy zu filmen. Ich habe aber noch nie jemanden gesehen, der dann irgendwie vom Handy was hergezeigt hätte. Ja. Schau mal, wie gut das Konzert war. Die meisten schämen sich dann und dann so, okay, war eine scheiß Idee. Ich meine, man kann ja gar nichts erkennen und hören tut man auch nichts. Es übersteuert halt komplett, man sieht nichts. Ich meine, so Fotos, wo von wegen, guck mal, ich bin gerade hier, okay, aber... Was ist denn das Gelbe da auf der Karte? Das ist ein Schornstein, oder? Ach nee, das ist das... Nee, nee. Ja, ja. Also diese kleinen, orange, gelbenen... Nee, 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 das ist da hinten. Was ist das? Du weißt es, aber du sagst es nicht. Richtig. Was ist das? Das ist dieses Pfeil... Da ist doch ein Ding. Ein Ding. Halt! Ach so, das war ein Zivilist, oder? Hat es dir aber so angeboten. Mann! Du bist der schlechteste, gute Superheld der Welt. Da renne ich jetzt nochmal rauf. Was war da oben nochmal? Na, so eine Drohne. Stopp! Zug, 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 Zug! Zu hoch. Jetzt nicht unten alle umbringen. Ja, aber es macht so viel Spaß. Na gut. Hörst dich an wie beim Bewährungshelfer. Ach, der Delsen ist auch so ein Smartphone-Paparazzo. Ja, geiles Konzert. Oben noch ein Dach, oder? Hast du noch nie irgendwas gefilmt, was... Ja, freilich, aber... Du die auch einfach nur hättest anschauen können. ...beim ersten Versuch gemerkt, ich verpasse hier gerade das, wofür ich Eintritt bezahlt habe. Das kommt ja nicht von ungefähr. Ich versuche ja nur, die Leute vor meiner Dummheit zu bewahren. Und habe deswegen einen ganzen YouTube-Kanal voll meiner Dummheit. Deswegen filmst du unsere Konzerte immer komplett, oder? Damit du dir das nicht anhören musst. Ja. Und so kannst du wenigstens so tun, so, ja, ich will das für die Nachwelt festhalten. Statt, dass du dich so ablenkst während dem Konzert, dass du nicht zuhören musst. Ich halte das Handy zwar immer so hoch, aber eigentlich spiele ich Threes. Wie ist denn dein Highscore bei Threes? Nicht hoch. Drei. Ich habe das durchgespielt. Sie ist schrecklich, Mann. Just den anderen Tag, wir kamen zu einer DUP-Protest, und sofort die Proteste-Protestern. Das ist das, was wir sagen, encasen sie in Konkrete. Augustin sagte, die erste Person, die sie woher finden, woher Delsin Rowe fährt, würde frei sein. Wenn diese Konkrete-Daggern entdecken in deinen Scheunen, dann sagst du alles, um sie rauszukommen. Every single one of sie erwähnt, auf ihre Mutter's Grey, dass sie sie mit dir leden sie zu dir. Ich bin sicher, es war alles, aber... ...just das gleiche. Watch your back. Das sind wieder Drogenhändler. Und festgesetzt... Ich glaube, ich weiß, was das Hauptproblem von deren Drogendealer-Operation ist. Dass die halt auf offener Straße mit Gewehren rumstehen, mit so einer riesen Kühlbox. Na? Achso. Ja, wieso, wir werden denn bei dir im Viertel Drogen verkauft? Etwa geheim? Habe ich mal erzählt, dass ich... Haben wir die Geschichte in dem letzten Jahr schon erzählt, dass ich in Seattle mal einen Drogendeal tatsächlich gesehen habe? Nein! Hoho, Michi! Hoho! Wenn ich damals mit Petra auf diesem Left 4 Dead Test-Event war, da beobachteten wir auch unweit von dem Valve-Gebäude dann so total dilettantische Drogendealer, die dann so sich mit so einer großen Sporttasche so nebeneinander gesetzt haben, ein paar Worte gewechselt haben. Und dann hat der eine die Sporttasche vom anderen mitgenommen und sie haben auch so komische Gang-Zeichen gemacht. Zumindest rede ich mir ein, dass das ein Drogendealer hat. So, der eine hat mit der Hand gewackelt, um ihn zu grüßen. Hoho! Der ist von der Greed-Side. Lass mal schauen, also links ist dieser Bubble-Tea-Laden und rechts ist der mit dem Schirm. Weißt du noch, Bubble-Tea? Das war ne Zeit, du. Diese drei Wochen im Jahr 2010, als es das gab. Mein Gott, kennt ihr jemanden, der seinen Hab und Gut verloren hat, weil er dachte, es wäre ne gute Idee, in einer überteuerten Location einen Bubble-Tea-Shop aufzumachen? Da ist er. Ich habe ungefähr zweimal Bubble-Tea getrunken und ich fand es eigentlich ganz okay. Ja, aber nicht so für meinen extra Laden bräuchte. McDonalds hat das dann auch mal angeboten. Einen eigenen Laden aufmachen für ihre Burger. Ja. Das kam, glaube ich, ganz gut an. Eine Bombe. Es ist die Bombe. Yay! Darf ich eine Verständnisfrage stellen? Wo hat Delsin denn die ganzen Pappen? Und wo hat er die Sprühdose? Das erklären wir dir, wenn du älter bist. It made the world a little better place. Ich frage nur deshalb, weil es hat... Da ist Schablonenkunst. Ja, siehste. Viertelfinale. Magst du das noch schnell machen? Nee, weil ich erst alles andere machen will. Ach so. Guck mal, wir haben ja nur... Wir haben ja noch... Hier ist noch eine Scherbe. Oh Gott. Und da sind auch noch drei Scherben. Und da ist nochmal so ein Funk-Ding. Und da ist noch eine Scherbe. Und da ist noch der Geheimagent. Klingt nach einem Job für Aufräum, Michi. In der nächsten Episode dann mehr Viertelsäuberei. Bis dann. Ciao.